Die Musik zieht an, gefühlt. Das heißt, der ist undurchsucht. Da ist ein Messer. Nice Scheiße. Da ist ein Farbband zum Speichern. Krass. Nice. Nice. Dann können wir den Müll mal wegpacken. Wir brauchen ja nicht zwei Messer. Also eigentlich schon, aber nein. Diesmal verstauen. Was hier noch drin liegt. Das sind noch Brandgranaten. Junge. Vier Brandgranaten werden sterben. Aber sowas von. Das ist noch Schießpulver oder? Ja. Junge. Ich habe meine eigene Munition bald craften. So wie es aussieht. Hier haben wir noch ein bisschen was einzusammeln. Das können wir jetzt gleich die Folge noch mal kurz machen. Wir haben ja Schießpulver, hochwertiges Schießpulver. Dann haben wir nochmal hochwertiges Schießpulver. Das gibt Säuregranaten oder MP-Munitionen zweimal kombiniert. Was ergibt hochwertiges Schießpulver und normales Schießpulver. Ja man. Sieben Sluts. Ja gut. Anderes Spiel. Man kann nie genug Messer haben. Das stimmt natürlich. In der Tat. Aber wir haben ja nur. Ich habe ja noch weniger Sluts. Eins, zwei, vier, sechs, sieben, acht habe ich. Hm. Die müssen aus das Messer durch den Zombie ziehen. Und mit dem kleinen Rädchen dann nach oben drehen. Da fängt sofort ein Pfeil. Und drücken sie dann auf. Und dann klappt der Licker auf. So wir können jetzt mal ganz kurz Schießpulver, ja. Wir können jetzt noch ein bisschen einsammeln. Wir haben ein bisschen was vergessen überall. Wir können aber aus die Zerstäubung starten und dann den Scheiß einsammeln. Das wird wahrscheinlich besser sein. Zerstäubung starten wir oben. So das wird quasi in der Folge jetzt eh nicht mehr schaffen. Also die nächste haben wir dann die Zerstäubung. Obwohl doch. In der Folge jetzt. Jetzt müssen wir es eigentlich schaffen. Okay wir gehen aber andersrum. Wir gehen über die Treppe. Weil ich will nicht durch das Gewächse. Das macht ja keinen Sinn. Wenn wir nicht durch das Gewächse auslaufen. Und uns die ganze Munition verballern. Und die einfach durch Zerstäubung töten können. Man weiß was wir aus denen machen. Mit dem mit dem. Das ist auch noch nicht ganz klar ne. Das ist jetzt eigentlich nur eine Spekulation. Und gerade von euch da. Vielleicht wären die ja zu. Was weiß ich. Zu Riesenmonstern. Mit äh. Mit der köchterlichen. Ähm. Keine Ahnung. Äpfel. Mit der köchterlichen Äpfelwurf geschossen. Oder was weiß ich. Die ganzen vegan. Wenn der veganischen Zombie ist hier. Die ganzen Gemüse Leute. Gefällt mir nicht. Hier lag nichts mehr ne. In dem Room. Ne. Der Room ist clear. Ab in die Lobby mit dir. Scheiß Umbrella. Achso. Wo war das das Steuerding? Äh. Im Gewächse der Steuerung. Das war natürlich hier dann. Ah. Jetzt ist der Zombie wieder auf. Wirklich. Wie ist das denn? Obwohl. Haben wir den verbrannt? Obwohl. Wir gönnen uns einfach jetzt nochmal. Feuer macht ihn kaputt. Oh. Oh. Endlich. Endlich. Ist zwar Verschwendung jetzt so. Weil die jetzt wahrscheinlich eh doch ne kaputt. Obwohl die jetzt bisher nicht kaputt sind. Aber ich glaub waren zwei. Leuchter. Ey assi. Weiß. Das ist natürlich sehr teuer. Aber jedes Mal wenn du hier vorbeiläufst. Dann nerven die Runden. Ich hoffe die sind nackt. Da ist er tot. Die sind gar nicht mal so tot aus. Hier können wir mal das Schießprobe jetzt hier einsammeln. Vielleicht können wir uns da wirklich ein bisschen Munition herstellen. Das ist ja scheiße. Die sehen gar nicht so tot aus. Ich dachte vorher verbrennen die. Was hab ich hier nicht mitbekommen? So. Greenhouse Control. Norman Greenhouse. Wer kennt's nicht. Da ist alles freigeschaltet. So. Dann würd ich sagen. Starten wir jetzt. Ich mach schon mal meine Fratze weg. Und jetzt starten wir eine hübsche Sequenz. Ich hoffe das ist alles da drinnen jetzt sterben. Lösung wird zerstört. Soviel zum Thema Unkrautbefall. Warme. Sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung zerstäubt. Ihre Taten wurden aufgezeichnet und sie müssen sich etwa in Disziplinarmaßnahmen unterziehen. Ah. Okay. Mach ich. Ist das jetzt ein sarkastischer Hinweis darauf, dass da drinnen auch mit Zombies gesporen sind? Ich hoffe nicht. Disziplinarmaßnahmen. Das hat sich selber. Ach fuck. Nein. Wo ist das Arschloch? Da vorne ist das idea Armband von dem. Eigentlich nur. Drüben liegt der. good. Chip. Nice. Nice! Oh oh! Gefühle! Mach mal! Oh oh! Nein, die sterben. Fick dich. Sie sind tot. Ah, ich habe mich gespeichert in dem Serverraum eben. Aber gut, so schlimm war das jetzt auch nicht. Wir packen kurz ein bisschen Scheiß weg. Ach, ist das ärgerlich, Mann. Dann, ähm, Fahrtband rein, das rein, das brauchen wir. Das brauchen wir, das brauchen wir. Den Modellator, weiß ich nicht. Ich packe den mal da rein jetzt. Im Moment brauche ich den nicht. Profet haben wir schon untersucht, ihr habt. Ah, ist das Scheiße, Mann. Ach, ist das Scheiße, Mann. Wieder nochmal die ganze Scheiße. Ah. Könnte natürlich jetzt so tun, als wenn das nicht passiert wäre und das dann schneiden bei YouTube. Aber, nee. Ach, nee. Ist halt Wetter ran, ne. Ist nicht so einfach. Aber genau deswegen spielen wir es, ja. Man muss ja mal versagen einfach. Versagen ist ganz wichtig im Leben, aber. So, ach, seid ihr, Mann, das habe ich vergessen. So gut, dann versagen wir. Wir haben doppelt für doppelt versagt. Einmal beim Spielen und einmal beim Memory, quasi. Ich renne mal kurz hoch. Vor allem das ID-Armband, natürlich. Was können wir denn da machen jetzt gleich? Da kommen fünf so Viecher an. Und ich sag noch, ey. Das hat aber bestimmt was damit zu tun, dass da Haufen Zombies drin nicht gesporned sind. Deswegen mit der Disziplinar-Maßnahmen. Hier, ID-Armband herausnehmen. Check ich die, check, check. Nur die hältst du ja mit der Pesole ja nicht auf. Dann müsstest du ja, nee, das kannst du vergessen. Wir haben hier den Zauberraum wegen dem Messer und Zeug. Und da können wir eigentlich nochmal, wie viel Farb denn da haben wir noch gehabt? Drei, glaube ich. Da können wir theoretisch nochmal speichern. Ja, genau. Wir haben ja gestern dieses 12 Minutes gespielt. 12 Minutes. Das ist ja so eine Art Adventure. Zeitschleifen-Adventure. Interaktives Zeitschleifen-Adventure-Gerät. Und da ist natürlich alles Try and Error. Wir kommen zurück, Dr. Lee. Sie haben fünf neue Nachrichten. Da machst du ja immer Zeitschleife quasi. Und dann probierst du was aus. Verdammt! Hätte mal einen Parker einpacken sollen. Ja, der hat einen Parker jetzt einpacken sollen. Und der Chat hat da gerade auch angespielt. Da hat gesagt, du musst jetzt mal drauf einstellen. Letzt, gestern ein bisschen musstest du ja versagen, um weiter zu kommen. Das stimmt. Sehr interessant. Das ist ein recht gutes Spiel. Das Let's Play läuft auch aktuell. Oder ich weiß nicht, ob das jetzt noch läuft. Wie ihr die Folge hier seht. Trotzdem habe ich es auf dem Kanal. Let's Play 12 Minutes. Sehr interessant. Das Spiel. Aber wie konnte ich nur denken, dass bei Resident Evil da drinnen in dem Raum alle Zombies getötet werden. Alle von den Gemüse-Zombies. Wie konnte ich das nur denken? Hier nochmal Schießpülver. Ist hier noch irgendwas? Ne, der Ruhm ist clear. Nochmal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob das vielleicht relevant ist. Irgendwie für 100% oder was weiß ich. Oder für irgendeine Errungenschaft. Deswegen habe ich mir das kurz mal durchgelesen, durchgeklickt. Bei den Spielständen haben wir das ja noch nicht gemacht gehabt. So. So. Schießpülver. Mal hier. Ich würde dann auch gleich nochmal speichern, falls wir nochmal versagen. Ich habe so ein bisschen Verwagensängste jetzt. Ah, die sind voll. Lieber, nee. Nee. Kann ich einpacken? So. Dann packen wir mal das Schießpülver rein. Schießpülver rein. Ist die Frage. Ich glaube Schießpülver, zweieinhalb davon kombiniert. Gibt es Pistolenmunition? Okay. Pistole haben wir. Also die Munition wird man auch brauchen. Also müsste ich zweimal kleines Schießpülver kombinieren. Da habe ich nur einmal. Die Frage ist, was wenn du kleines und großes kombinierst. Was dann passiert? Konnte man, glaube ich, auch. Da muss ich mir erstmal gucken an der Anleitung. Weil das ist ziemlich teuer, finde ich. Okay, speichern kurz. Oh, noch zwei Farbbänder, Alter. Das muss sein. Vielleicht liegt ja hier noch ein Farbband rum. Der Raum ist noch nicht clear. Hat nichts Messer noch. Achso. Das würde ich mal provisorisch mitnehmen beim nächsten Mal ablegen. Jetzt, vielleicht, das hätte ich mir, vielleicht ist eben ein Arsch letztes Mal, das ist eben ein Arsch gerettet. Das zweite Messer. Ist jetzt clear? Jetzt ist der Raum clear. Gut, hier, so. Benützchen. Speichert. Ja, wir hatten sieben Stück teilweise. Farbbänder, da war ich richtig stolz drauf. Weil Farbbänder sind ja recht selten. Jetzt habe ich noch genau eins. Für den Notfall haben wir noch mal ein Farbband. So, wir kriegen noch welche dazu. Ich weiß auch nicht, wie weit wir in der Geschichte sind. Sowas nervt mich auch ein bisschen. Man müsste irgendwo eine Anzeige haben, wo es da steht, ja, bist du bei 80%. Oder so, dass du ungefähr weißt, ja, jetzt bin ich, mache ich das, mache ich das. Weiß ich nicht. Aber rein, ich komme vom Gefühl her, müssten wir eigentlich zum Ende kommen langsam. Wir haben schon einen Boss besiegt. Das ist der, der, der Doktor gewesen. Cherrys Vater. Und. Ähm. So weiter. Wir können ja mal schnell die, ah, das habe ich natürlich schon gespeichert. Der, der, der nicht dumm geht. Und das Schießpuffer vorher noch einsammeln können. Das hier meine ich. Dadurch, dass du das einsammelst und dann beim nächsten, beim nächsten Laden du das wieder einsammeln müsstest, äh, kommst du ganz schnell durcheinander. Ob du das schon eingesammelt hast oder nicht eingesammelt hast, finde ich. Da ist ein Bombi, wir rennen mal vorbei an dem. Ich weiß nicht, was das bringt, wenn ich den jetzt umbringe. Das ist immer nämlich gleich in dem Raum. Dann sparen wir uns den Durchgang. Einmal falls ich... Echt! Okay, ich will gleich mein Messer wiederhauen. Arschloch. So, Sequenz. Machen wir jetzt gar nicht so lange. Filter lesen. Benutzen. Rein damit. Die Frage ist, ob jetzt schon alle Zombies da sind. Wenn ich hier jetzt alles umbringe. Ich glaube, ich werde jetzt mal ein, zwei hier umbringen. So viel zu drüber, Unkrautbefall. So viel zu drüber. So, ein Applaus. Das ist das, was wir. So, wir sind dann, wenn ich sie wiederhauen. So. So, ich bin dann.